hey leute was geht es geht euch gut heute machen wir mal ein unboxing ein schönes paket hier da ist etwas drin was ich mir schon lange 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 kaufen wollte habe es mir aber irgendwie nie gekauft ich immer dachte irgendwann mal jetzt momentan brauche ich es nicht und dann habe ich mir irgendwann gesagt vor ein paar tagen jetzt kaufst du es dir jetzt holst du es dir du wolltest du schon lange holen jetzt machst du das wir machen jetzt das ganze mal auf und dann zeige ich euch mal was da drin ist da drin befindet sich ein t-shirt und nicht irgendein t-shirt sondern ein t-shirt von twitch ein twitch t-shirt in der größe l als kleine info ich habe ja mal gesagt gehabt dass ich bald mörd schon hier verkaufen möchte ich werde ende des monats vielleicht auch nächsten monat irgendwann werde ich den shop wo ich mein match verkaufe den werde ich dann freigeben und dann kann man mörd schon mir kaufen ich habe jetzt zwei produkte von meinem match bestellt und sobald es bei mir zu hause ankommt werde ich den mörd mit euch auspacken da werden wir mal die qualität angucken und die qualität gut ist dann werde ich den shop freigeben und dann könnt ihr von mir mörd kaufen da werde ich euch auch die ganzen mörd vorstellen in dem video und dann könnt ihr offiziell mörd schon mir kaufen da habe ich einiges design für so richtig cool ist also das wird richtig nice wir machen jetzt mal hier dieses geht hier auf und die folie mal weg gucken uns mal dieses an so auf an die maus hier weg so und so sieht das ganze aus da steht twitch drauf sieht mega geil aus richtig cool ich ziehe es mir mal an und dann schauen wir mal wie das ganze aussieht das ganze sieht jetzt so aus ich hoffe man man sieht hier der schöne schriftzug twitch man muss man so drehen den arm hier weg hier twitch hier hat man auch noch mal ein twitch logo auf der einen seite hat man kein twitch logo das ding sieht richtig richtig cool aus mega nice finde ich richtig richtig cool ziehe ich es mal wieder einmal ziehe es mal wieder aus aber ich finde ich finde das t-shirt echt mega auch von der gelben farbe her so gelb schwarz gehalten finde ich mega mega geil es gibt auch noch haufenweise andere t-shirts man muss einfach twitch t-shirt eingeben und dann kommt man zu den twitch t-shirts man gibt es haufenweise geile sachen jetzt haufenweise gute sachen also mega geil in zukunft also in zukunft werde ich euch sachen die ich mir so auf amazon kauf welche noch unten verlinken das werde ich dann aber ab den nächsten unboxings machen wenn ich dann sachen verlinken und ich will sowieso irgendwann auch im twitch affiliate link machen weil sie mein bock hat mich zu unterstützen kann dann kommt man auf amazon wenn man irgendwas kauft dann kann man dann unterstützt nämlich einer kleinen provision ist großartig für euch dann nichts in zukunft noch machen dass man mich und meinen kanal unterstützen kann damit man dann auch noch ein bisschen ja ein bisschen geld hat um das in den kanal hier rein zu stecken falls man irgendwie eine bessere camp braucht oder man braucht man dies das und jenes damit man ein bisschen geld dann da rein stecken kann ja ich hoffe das kleine unboxing hat euch gefallen von diesem t-shirt ich finde es mega cool das kommt jetzt auch in die wäsche und dann werde ich das im sommer schön tragen richtig richtig nice vielleicht werde ich mir auch weitere t-shirts kaufen und ja wie ich schon gesagt habe diesen monat vielleicht auch erst irgendwann nächsten monats werde ich dann meinen shop freigeben wo man dann wird von mir kaufen kann sobald meine produkte ankommen zwei produkte ich gekauft habe werde ich die mit euch testen und wenn die qualität gut ist werde ich den shop freigeben und dann könnt ihr wenn ihr bock habt könnt ihr dann produkte von mir kaufen die ich selbst designt habe in dem sinne sage ich ciao und danke fürs zusehen bis zum nächsten video macht's gut leute bis zum nächsten video